So liebe Freunde, da sind wir wieder heute mal mit weißen Autos und Tim dreht mal mit. Ja, so sieht das aus, wenn wir während dem Aufnahmestopp eigentlich immer warten, bis die Leute einkommen. Und jetzt kamen sie raus, Totally Noob und Robmeyer. Wir werden nur gewinnen. Ich war gerade gesagt, können wir ja nur gewinnen, weil Totally Noobie kann ich mal ein Profilbild reinstellen und Robmeyer auch nicht. Aber doch, da hat alles drin, aber komisches. Gut. Ne, das ist auch von Rocket League, glaube ich. Deine, das heißt es, ja. Ist Rocket League eigentlich ein Steam-Only-Spiel oder kann man sich das auch irgendwie so normal kaufen? Gibt es auch auf PS3 und sowas, also. Ne, ich meine jetzt PC. Gibt es dafür noch einen anderen Client? Weiß ich gar nicht. Yo, ich würde sagen, das gewinnen wir. 1-0. Wie ich sie zerberstet habe. Zerberstet? Guck mal hier. Guckst du auch immer den Livestream von Kevin? Oder woher hast du das Wort zerberstet? Hat aus dem Kopf einfach gesagt. Okay. Hä? Ja, es gibt so ein... Welcher Kevin? Unser Kevin? Nein, Gamers Time heißt der auf... Upsala. Auf Twitch heißt der Gamers Time und der heißt Kevin und der sagt auch immer, zerberstet und so. Ich dachte, das ist so ein Wort, wo er eher erfunden hat, aber anscheinend gibt es das ja allgemein. So, jetzt wollen wir hier aber nochmal richtig spielen. Oh, schaffst du es jedes Mal. Was? Dein fucking Ernst. Ich dachte, der Ball war auf einmal so langsam. Der Ball war so richtig schnell und dann kam ich an, der war auf einmal so langsam. Okay, Vorlage. Da kommt sie. Das ist keine gute Vorlage. Für mich selbst. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm. Alles safe. Jetzt kommt ein Tor. Ja, da kommen wir jetzt zurück, ich guck dir's an. Okay, alles safe. Machst du, Tim? Das war geplant, guck, der ist jetzt schon hochgeflogen. Ich komm hier zurückzuholen. Das kann ich ein bisschen Zeit lassen, das kann ich ein bisschen Zeit lassen, siehst du? Und jetzt drehen wir dich aus, der schießt nach und dann ist ein Tor. Das wird sowas von ein Tor. Gott verdammt, du Scheiße, Tim, Alter. Was machst du? Boah. Schießt der, das wird ein Tor. Das wird ein Tor. Können wir auch nix machen. Boah, Mann, ey. 1-1, alles safe. Boah. Hätte er mal weggebumst. Ey, der hättest du das mal reinmachen können, ey. Achso. Oh, das, der, 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 der fast. Ich dachte auch gerade, der geht rein. Du, wer leid, das, oh, oh. Das war richtig gut gerade. Wie geh ich den ab... Oh, hab ich die Bälle abfange. Du, du machst da nix. Oh. Er war ein bisschen zu weit vorne, Tim. Oh, nein. Warum hat er denn einen Boost gehabt? Hat er denn keinen Boost gehabt, wäre das ein Tor gewesen. Au. Jedes Mal. Alter, Tim. Oh, alles safe. Alles safe. Alles safe. Alles safe. Alles safe. Glaubst mir langsam selbst nicht mehr. Was ist los mit dir, Alter? Du hast heute irgendeinen komischen Tag. Bist du sonntags immer so? Letzte Vorlage. Wow. Alter, Alter. Ich mach den Abschluss. Na? Ohne Spaß. Was? Ich kann nie einschätzen, wie diese Bälle kommen. Vorlage, beste Vorlage, die es geben konnte. Oh. Doch, Tatsache. Oh. Nein, ich hatt keinen Boost. Du hast mir den Boost geklaut. Alles ist safe. Gut, aufhören zu singen. Was man das singen nennen darf? Nein. Darf man nicht. Der geht rein. Es ist so spannend, Leute. So. Oh, Leute. Es ist gleich nicht mehr spannend. Ja, aber was? Ja, aber was? Alles safe. Gut. Oh Gott, jetzt kommt gleich ein Gegentor. Immer wenn du das sagst. Hier, schweiß. Joppa, hallo, Kim. Was? Alter, ich ne, ich war. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir sehen, Tim hat 460 Punkte. Und ich habe 90 Punkte. Da wissen wir schon, wer der Profi ist. Ich. So. Oh, schön geklärt, Alter. Oh, der wäre reingegangen, wenn nicht irgendjemand an mich reingestoßen. Wow. Mach was. Hab ihn. Komme, 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 komme. Alles Gute, alles fresh. Alles fresh, dann bitte. Alles fresh, dann bitte. Mach ihn rein. Mach ihn rein. Oh, hab ich eine schöne Vorlage gegeben. Oh, ich stehe noch nicht mehr da, aber auch da. Pass auf. Doch, doch, habe ich. Guck, das war deine Vorlage. Und da kamst du. Und dann BÄM. Sehr schön, sehr schön. Komm, wir machen 4-1 jetzt noch. Ja, das ist doch klar, weil wir zu besten, den Totten die Noob ist. Klar. Oh, nächstes Tor. Oh, okay, noch nicht. Äh, ich meine nächste Gegentor. Ich meine natürlich nächste Gegentor. Ich meine natürlich nicht, die nächste Gegentor. Ja, einfach weg, einfach weg, einfach weg. Alles safe, alles safe. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Yo. Schön gewonnen. Ich habe die Reifen freigeschaltet. Bänder. Sind eigentlich die Reifen, ähm, unterschiedlich? Oder ist es eigentlich scheißegal, was ich für Reifen drauf habe? Äh, scheißegal. Also geht es hier eigentlich nur ums Aussehen. Alles, was du aufs Auto machen kannst, ist nur Aussehen. Alles, was du aufs Auto machen kannst. Das ist gut, das ist gut. Gut, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Tschö. Ciao. What the fuck.